Der Kampf zwischen den Bullen und den Bären geht in die Verlängerung, welche Marken da jetzt nach oben hin wichtig werden, welche Marken nach unten hin wichtig werden, das erfährst du hier im Video und wie wahrscheinlich sind die 20.000 US-Dollar vielleicht sogar noch diese Woche bzw. in den nächsten zwei Wochen, das heißt wenn du das nicht verpassen willst, unbedingt dranbleiben und damit servus und herzlich willkommen zum heutigen Crypto-Update von Trading on Air. Wir schauen uns heute wie angesprochen Bitcoin und Ethereum an, was sind die wichtigsten Marken für den Tag und mit was wir dann die nächsten Tage und gegebenenfalls sogar auch Wochen hier an den Kryptomärkten rechnen können, das heißt wie gesagt, wenn du das nicht verpassen willst, unbedingt dranbleiben und dann eins nach vorne weg, wie immer, wenn dir der Content gefällt und du uns natürlich unterstützen möchtest, kannst du dem Video schon mal gerne einen Daumen nach oben geben, den Kanal kostenfrei abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren bzw. auch gerne einen Kommentar da lassen, um den YouTube-Algo zu pushen, würde uns auf alle Fälle auch mega freuen und supporten. Gut, dann gehen wir direkt rein, Kryptomarktkapitalisierung hier bei den 856 Milliarden US-Dollar und somit mit 1,1% im Minus in den letzten 24 Stunden. Bitcoin zieht hier ziemlich nach, notiert knapp über die 17.000 US-Dollar Marke und auch mit 1% im Minus im Vergleich zu den letzten 24 Stunden. 4.265 US-Dollar mit doppelten Abgaben über 2%, das heißt 2,1%, hier ging es nach unten. Dann schauen wir uns die Ausreise an, Axie Infinity fast 20%, das heißt richtig, richtig krass, was hier abging, Synthetics hier mit 7,6%, Stacks hier mit 5%, Litecoin hier mit 5%, das heißt Altcoins atmen teilweise echt gut auf und an dieser Stelle für Mittwoch wäre theoretisch ein Altcoin-Platz frei, das heißt, wenn du noch einen Altcoin-Wunsch hast, dann steuer den gerne in den Kommentaren bei, dann wird der am Mittwoch in Form eines Spezial-Updates behandelt. Ganz, ganz wichtig, sollten mehrere kommen, wird der, der am meisten erwähnt wird, selbstverständlich dann, beziehungsweise der sich am meisten eben gewünscht wird, dann behandelt. Gut, genug Eigenwerbung, gehen wir jetzt direkt rein in die Chart-Analyse, gehen auf den Daily-Temper, machen uns die Zeichnungen kurz aus und schauen, wie die gestrige Daily-Candle geschlossen hat und die hat eigentlich überhaupt nicht gut geschlossen. Das heißt, wir sind hier wieder über diesen Wiki raus, wir sind jetzt einmal raus, wir sind zweimal raus, wir sind jetzt ein drittes Mal nach oben hin raus und jedes Mal mit einem Higher High und nur mit einem Schatten. Das heißt, wir haben es nicht geschafft, darüber zu schließen. Dennoch, aktuell hält sich der Bitcoin noch, das kommt jetzt dann in der genaueren Analyse darauf ein, wieso er sich aktuell noch hält, denn es besteht noch ein kleiner Support-Bereich und dieser muss jetzt eben halten. So lange geben wir Bitcoin noch die Chance, dass wir eben hier drüber dann auch einen Daily-Clause sehen. Das wäre dann die ultimative Bestätigung für uns, dass wir dann in Richtung der 18.000 US-Dollar erstmal dann marschieren könnten. Gut, so viel zum Daily-Clause, das heißt weiterhin die 18.187 US-Dollar im Blick behalten. Besser wäre es selbstverständlich, wenn wir die 17.187 US-Dollar, selbstverständlich, sorry, aber die 17.425 US-Dollar wären natürlich noch besser. Besser, selbstverständlich, nach unten hin sollten wir mal, ja, die angesprochenen 16.800 US-Dollar, die wir schon so oft erwähnen, eben so im Blick behalten. Gut, gehen wir auf den 4-Stunden-Time-Firm machen, was die Zeit noch einmal kurz an. Hier sind jetzt zwei Fips im Chart, aber da bitte nicht verlieren lassen. Für die Leute, die neu auf unserem Kanal sind, wir gehen davon aus, dass wir uns seit diesem Zeitpunkt hier in einer letzten Welle Z unter das letzte Tier, mindestens auf die 16.000 US-Dollar hier bewegen werden. Gut, ist jetzt schon geschehen, aber wir gehen stand jetzt davon aus, dass der Boden hier noch nicht drinnen ist. Warum? Darum, denn wir haben das Ganze hier in W, X, Y nochmal unterteilt und diese Y nochmal in A, B, C, ganz klassisch hier nach unten. Und aktuell liegt der primäre Fokus hier bei den 14.400 US-Dollar circa, um den BRM-Markt bei Bitcoin hier zu beenden. Gut, gehen wir auf den 1-Stunden-Time-Firm und jetzt bitte nicht erschlagen lassen, wir kommen da jetzt zu einem nach dem anderen dazu. Demnach gehen wir aktuell davon aus, dass wir uns jetzt in dieser übergeordneten Welle B befinden. Das heißt, in der letzten korrektiven Bewegung der Korrektur, um jetzt das versuchen, so verständlich wie möglich zu machen. Das heißt, wir erwarten dann noch einen impulsiven Abverkauf, um den BRM-Markt dann zu beenden. Das heißt, ein finales Tief noch und dann stehen die Chancen für einen Bullrun. Dann, unserer Meinung nach, erstmal nicht so schlecht. Klar müssen wir uns das dann genau anschauen, aber per se stehen die Chancen dann erstmal nicht so schlecht. Demnach gehen wir jetzt aktuell davon aus, dass sich das mittels A, B, C hier ausspielt. Es kann sich aber auch als Triangle ausspielen. Das heißt, A, B, C, D, E. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Das Make-or-Break-Level sind hier die 18.183 US-Dollar. Sollten wir es hier drüber schaffen, dann stehen die Chancen für dieses hohe Retracement definitiv nicht schlecht. Beziehungsweise sind es sehr, sehr wahrscheinlich. Und dann, ja, gehen wir aber dennoch davon aus, dass wir hier das Tiefe oder den Abverkauf nochmal auf die 14.400 US-Dollar circa sehen werden. Das heißt, das ist so oder so, egal in welchem Szenario wir uns hier befinden. Demnach gehen wir jetzt seit diesem Low davon aus, dass wir uns hier in 1, 2, 3 nach oben befinden. Und jetzt haben wir etwas leicht angepasst und daher auch der Grund, wieso wir den Take Profit jetzt wieder nach oben gelegt haben bei unserem Trade, den wir mit der kostenlosen Telegram-Signalgruppe eingegangen sind. Und wenn auch du solche Trades hier nicht verpassen willst, kannst du gerne mal die kostenlose Telegram-Signalgruppe auschecken. Link dazu unten in der Videobeschreibung. So sehen da beispielsweise die Signale aus. Ihr könnt das nachmachen, müsst es aber nicht. Aber so traden wir. Ihr seht schon, hier sind auch schon Teilprofite gesichert. Aber wie gesagt, ihr könnt das nachmachen, müsst es aber nicht. Ist auch keine Anlageberatung. Und ja, wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung könnt ihr gerne joinen. Auch wie zur Talk und in der Newsgruppe, da kommen auch immer unsere Trade-Ideen rein. Mal kurze Updates, wenn sich irgendwas getan hat, wie hier unten. Das heißt, da könnt ihr auch gerne beitreten. Demnach gehen wir jetzt davon aus, dass wir uns weiter in dieser orangenen Welle 3 hier befinden. Und dass sich hier ja diese Unterwelle, die in gelb gekennzeichnet ist, 3 hier sich mittels 1, 2, 3, 4, 5 hier ausformt. Und dass sich diese gelbe 4 gerade ausformt. Dass sie nicht hier beendet worden ist, sondern dass sich die gerade ausformt. Und wir dann nochmal in die letzte Welle 5 hier gehen. Und da wird, wie gestern, das entscheidende Level hier, die 17.534 US-Dollar bis 17.700 US-Dollar, wo auch das übergeordnete 07-864-Level reinkommt, von der Welle A zur Welle B gezogen. Das heißt, da sehr, sehr starken Augenmerk drauf werfen. Sollten wir hier rejected werden, dann gewinnt das Szenario Triangle eben viel mehr an Bedeutung. Sollten wir ja hier eben durchbrechen und hier auf oder in unseren Take Profit laufen, was aktuell unser leicht favorisiertes Szenario ist. Dennoch, aktuell können wir euch das nicht mit einer Sicherheit sagen oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen, dass wir davon ausgehen, wir müssen uns die Struktur hier anschauen. Sollten wir hier beispielsweise sowas sehen, 1, 2, 3, 4, 5, dann wird das Szenario sehr, sehr wahrscheinlich. Sollten wir sowas sehen, 1, 2, 3, dann wird das Szenario, dass wir hier mittels 4, 5 hier raufbrechen, einfach noch wahrscheinlicher. Gut, was passiert jetzt, wenn wir hier dieses Low bzw. diesen Support-Bereich hier bei den 16.760 US-Dollar hier verlieren? Gut, dann wird höchstwahrscheinlich hier die Welle 5 drinnen gewesen sein. Dann müssen wir das wieder so verschieben, wie wir das gestern hatten. Aber aktuell gefällt uns das etwas besser. Dennoch sollten wir diesen Support-Bereich hier verlieren, dann wäre hier höchstwahrscheinlich die 5 drinnen. Und dann würde es sich hier nicht um ein 1, 2, 3 handeln, sondern um ein A, B, C unserer Meinung nach. Und dann würden wir hier runterkommen in den Zielbereich, hier höchstwahrscheinlich auf die 16.000 US-Dollar. Genau, hier erstmal ins Golden Pocket, 16.200 US-Dollar ist dann die nächste Erhaltestelle. Beziehungsweise gegebenenfalls sogar dann die 15.900 US-Dollar. Passt auch schön, wir haben hier nochmal eine kleine Ineffizienz. Wir haben hier noch eine kleine Ineffizienz. Das heißt, das wird relativ gut auch mit den Fibonacci-Zahlen hier übereinstimmen. Das heißt, das sind die wichtigen zwei Marken hier nach unten hin. Und wo dann können wir das jetzt schon mal festmachen und da schließen wir gegebenenfalls auch unseren Trade. Das heißt, sollte sich es hier um einen korrektiven Anstieg hier handeln, das heißt, sollten wir uns jetzt nur hier so hoch wackeln, dann war das höchstwahrscheinlich hier das Ende. Das hier war das A, das hier das B dann. Und dann kommen wir mit der C hier noch viel, viel tiefer in die angesprochenen Regionen runter. Aber wir werden euch da selbstverständlich in der Talk-Gruppe dann auf den Laufenden halten. Beziehungsweise ihr werdet es dann auch Bescheid wissen, welches Szenario wir favorisieren, wie wir dann eben unseren Trade hier managen. Das heißt, unbedingt heute dann auch aktiv sein, wenn ihr in diesem Trade seid und das Handy griff parat haben. Beziehungsweise die Benachrichtigungen auch unbedingt in der Gruppe eingeschaltet haben, damit ihr da auch sofort benachrichtigt werdet. Das heißt, zusammengefasst, wichtigstes Support-Level hier nach unten sind die 16.760 US-Dollar. Dann das wichtige Break-Level werden hier die 16.540 US-Dollar bis zu den 17.690 US-Dollar. Und dann der ultimative Widerstand wird hier bei den 18.200 US-Dollar circa sein. Und wir nehmen hier lieber erstmal ein bisschen eher Profite wie später. Das heißt, hier bei dem ersten Fibonacci, das reinkommt, better be safe. Denn sorry, wenn der Trade hier dreht und runterdreht und es dann doch das Triangle wird, dann sind wir mit diesem Bomben-Trade, den wir hier gehabt haben, einfach leer ausgegangen. Und das wollen wir nicht lieber Profite sichern, wie eben dann nicht. Denn der Trade war erst richtig gut, wenn der auch komplett geschlossen ist. Gut, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Und auch hier können wir ganz, ganz kurz noch auf den 4-Stunden-Time-Time gehen. Für die Leute, die neu auf unserem Kanal sind, wir gehen davon aus, dass es sich hier um die letzte Welle Z eben handelt, wie bei Bitcoin. Das Ganze nochmal unterteilt in W, X, Y und die Y nochmal unterteilt in A, B, C. Hier gibt es dieselben Möglichkeiten, wie bei Bitcoin. Das heißt mittels Triangles und mittels des hohen Retracements. Und auch hier haben wir das Ganze erstmal in 1, 2, 3, 4, 5 hier unterteilt. Jedoch auch hier das wichtige Level, da kommen wir jetzt dann gleich dazu. Hier sehen wir das aktuell auch so, dass wir uns hier, ja, beziehungsweise hier haben wir nichts geändert. Hier gehen wir nur davon aus, dass das hier gegebenenfalls die erste Welle der Welle 5 hier war. Das heißt, dass wir hier gerade in der Welle 2 hier nach unten kommen. Wichtigstes Level wäre hier einmal, ja, beziehungsweise dieses Low hier bei den 1.236 US-Dollar. 12.000 wäre schön, aber auch hier die 1.234 US-Dollar. Das heißt, diese Region hier wird sehr, sehr entscheidend für Ethereum. Und wir sehen es, hier kommt auch nochmal eine Support-Linie rein. Das heißt, sollte dieses hier ganze Konstrukt hier fallen an Support-Bereichen, dann sieht es für Ethereum etwas schlechter aus. Und wir müssen mit einem tieferen Drop hier dann rechnen. Wo kann dieser dann hingehen? Und auch hier legen wir uns das Fibonacci-Level hier erstmal an. Und dann wird erstmal der Bereich hier bei den 1.165 US-Dollar interessant. Und dann der nächste Support-Bereich wäre bei den 1.126 US-Dollar. Klar, hier ist das 0.5er Fibonacci-Level, aber die nächstgrößeren Supports sind hier beim 0.618er und beim 0.786er Stand. Jetzt, selbes Spiel wie bei Bitcoin. Wir müssen uns jetzt die Move hier nach oben anschauen. Ist der korrektiv oder ist der impulsiv? Wenn der korrektiv ist, gewinnt das Szenario, dass es hier eben um einen Dump oder um einen abverkaufenden Zeiten handeln wird. Eben an Wahrscheinlichkeiten. Sollte es sich hier um einen impulsiven Anstieg handeln, dann sind die Chancen nicht schlecht, dass wir auch hier die Ziel-Level-Erreichung bei den 1.380 US-Dollar hier bei Ethereum erreichen werden. Denn wir können uns auch hier mal ganz kurz das Trend-basierte Fibonacci-Level über die 1 zu 2 hier reinladen und machen uns das Ganze hier noch schnell weiß. Dann haben wir schon einen optimalen Zielbereich für diese Unterwelle 3, der Welle 5, der römischen Welle 3. Das heißt, dann könnten wir uns so einen Move, sollte es sich hier, wie gesagt, um einen impulsiven Anstieg handeln. Das ist immer die Voraussetzung, um so einen Move hier dann gegebenenfalls hier handeln bei Ethereum. Das heißt, die wichtigsten Marken nach unten, einmal die 1.235 bzw. 34 US-Dollar hier im Auge, wir halten bzw. diese Support-Line und nach oben hin dann ganz starker Widerstand hier in der Region. 1.380 US-Dollar bis, ja sag ich mal, 1.400 US-Dollar grob gesagt. Aber sollte sich hier irgendwas Dramatisches tun, werden wir euch selbstverständlich auch in der Talk-Gruppe dann auf den Laufenden halten. Gut, die wichtigsten Levels sollten hier genannt sein. Das ist für uns jetzt gerade eine No-Trading-Zone. Wir warten auf die Richtung, die uns der Markt eben vorgeht und handeln dann. Wir laufen da jetzt nicht ins fallende Messer, kann man das eigentlich nicht sagen. Aber wir traden da jetzt nicht drin rum. Wir warten auf klare Signale, um dann agieren zu können, damit einfach die Wahrscheinlichkeiten für einen profitablen Trade eben erhöht sind. Und damit soll das Ganze, wie du jetzt nicht unnötig in die Länge gezogen werden, soll es jetzt auch gewesen sein, die wichtigsten Levels sind, wie gesagt, genannt. Und damit bedanken wir uns schon mal über jegliche Form von Support. Wir hören uns dann später gegebenenfalls in der Talk-Gruppe oder ansonsten im Altcoin-Update-Video. XRP wird heute kommen. Und vergesst nicht, den Altcoin eurer Wahl in die Kommentare zu schreiben für Mittwoch. Da ist, wie gesagt, noch ein Platz frei. Und damit euch einen schönen Dienstag. Trading on Air ist raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.